Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Busy Montana, Busy EP. Im April 2017 veröffentlichte Busy gemeinsam mit Jacuzza das Kollabo-Album Blackout 2. Seit diesem Release ist es sehr ruhig um Busy Montana geworden. Nun meldet sich der Mühlheimer mit einem weiteren Solo-Release zurück. Die Busy EP kommt mit 10 Tracks und beinhaltet ein Feature von Amar. Das Album erscheint über das Label iGroove Next und erscheint nur digital. Dieser Star Bohemian. Nachdem es von 2010 bis 2017 jedes Jahr mindestens ein Release gab, war 2018 das erste Jahr ohne. Nach zwei Alben, drei EPs und fünf Mixtapes ist es nun an der Zeit für Album Nummer 3 des Hamburger. Bohemian beinhaltet 10 Tracks. Features kommen unter anderem von Blinka, Philipp Dittberner und Lina Mali. Das Album wird über Warner Music veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Shadow 030 Dechos EP. Nach den Alben Schwarzer Hoodie und 13439 erscheint nun eine EP von Shadow 030. Die EP kommt mit 8 Tracks und beinhaltet Features von Manuelsen und Hayes. Die Dechos EP erscheint über das Label Baba City und erscheint nur digital. Time Medic Hyäne. Time Medic ist ein Mitglied der Rapper-Crew Neu Berlin Soldiers und wurde durch seine Teilnahme am JBB 2015 bekannt. Nun ist es an der Zeit für sein Debütalbum. Zu der Tracklist und eventuellen Features ist bislang leider noch nichts bekannt. Das Album wird über Neu Berlin veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.